Das war ein hartes Stück Arbeit, aber jetzt habe ich alle. Die Schlimmsten der Schlimmen. Wo? Naja, ich habe sie in ein tiefes Loch gesteckt und das Loch weggeworfen. Es gibt das Gerücht, Amanda, einige von Ihnen hätten spezielle Fähigkeiten. Oh ja, ich habe einiges gesehen. Vielleicht war Superman eine Art Impuls für Sie, seinetwegen sind Sie aus dem Schatten hervorgekrochen. Ich möchte eine Spezialeinheit der gefährlichsten Menschen auf dem Planeten zusammenstellen, denn ich glaube, dass Sie Gutes tun können. Wir reden über die Bösen. Ganz genau. Und wenn irgendwas schief läuft, geben wir Ihnen die Schuld. Wir haben ein eingebautes Alibi. Wieso glauben Sie, Sie könnten sie kontrollieren? Es ist mein Job, Menschen dazu zu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. THEME SONG I started a joke Which started the whole world crying Bist du der Teufel? Ihr arbeitet für mich, mehr müsst ihr nicht wissen. So ist das also, wir sind die Sündenböcke, wir sind eine Art Selbstmordkommando, dann retten wir mal die Welt. Du hast ein Riesenproblem. Ich hoffe, du bist versichert. Du weißt doch, was man über die Verrückten sagt. Hä? Oh, ich werde dich nicht töten. Ich werde dir nur wehtun. Sehr, sehr wehtun. Sag mir, kannst du bluten?